Utana Shishosana ist der sich regelnde Welpe, das gestreckte Hündchen. Eine schöne Gegenstellung, zum Beispiel für Vorwärtsbeugen, für Kopfstand oder auch für Rückbeugen. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier hebe das Becken hoch, sodass das Becken oberhalb der Knie ist und dann strecke die Arme nach vorne und lasse den Brustkorb nach unten durchhängen. Diese Stellung ist nicht nur eine Entspannungsstellung, sondern gerade auch eine gute Stellung für die Flexibilität des Brustkorbes und der Schultern. Viele Menschen heutzutage haben die Schultern zu weit vorne. Es ist immer wieder wichtig, die Schultern nach hinten zu bringen und Raum in den Schultergelenken zu schaffen. Und es ist auch gut, die Wirbelsäule öfters mal zu räkeln und lang zu machen. Und all das kannst du in Utana Shishosana sehr gut tun. Halte die Stellung normalerweise etwa zehn Atemzüge lang. Es ist jetzt kein Asana, das du viele Minuten lang halten musst. Und dann kannst du weiterhören.